halli hallo und herzlich willkommen zurück bei jump in let's play modern warfare 3 spec ops überleben ich bin der jan und ich bin der alex und wir haben ja letztes mal schon zwei folgen damit gedreht und haben dann einfach aufgehört und fangen heute wie ihr seht direkt einfach noch mal eine neue partie an um euch mit dem verprügeln von russen zu ergötzen so da wollen wir gleich mal reinhauen da kommt einer die treppe hoch amigo was ist denn los mit tja versagt kumpane auf zigzag du kriegst mich nicht okay wir bleiben erst mal bei unseren waffen gesundheit diesmal wird das mikro weggehalten das waren sowas ähnliches wie nachrichten laufen ich hause nachrichten dann scherz ich gucke natürlich ganz gerne nachrichten das ist wichtig sich über die dinge die in unserer großen weiten welt passieren sich zu informieren so dann klären wir hoch dann rennen wir um die ecke und wir machen den tank kaputt sonst fliegt er uns nämlich gleich wieder um die ohren und das ist so etwas verraten was ich bin für mehr game trailer im fernsehen meine abend sieht man ja ab und zu mal so ein trailer aber auch nur so vereinzelt immer boom 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 btf ich sag auch gerne mal nougat btf eine woche war keine rüstungsverbesserung und sprengsätze noch nicht wobei wir eventuell eine drange noch oder sowas brauchen könnten gegen die jaggernautes die da gleich kommen ich nehme die r s a s s die r s s ich kann sogar gucken was ich so kaufen muss ich habe sogar ein acoge ja das rockt gerade ziemlich wo jetzt jetzt so sehr großer fehlerkollege großer und und komm ist rex und der kollege nebenher wer unterstützt die sache nur noch solche hunde behalten hälter halter kann ich ja gar nicht leiden immer der zweite schuss sehr sehr schön sehr schön wurde befördert nice 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 so als zweitwaffe könnten wir ein sturmgewehr nehmen und zwar die ak 47 oder klatschen einen granatwerfer drunter und dann sind wir alle happy jetzt habe ich zu nur noch 75 dollar in der tasche aber das reicht noch vor allem ins kino mit popcorn und cola pass auf jetzt geht's ab das ist so ein liebes und die die rollen sich immer nur sitz rex boses rex tut mir leid aber recht sei es nämlich wieder Schuss, 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 schuss. Erstmal müssen wir alles andere beseitigen. Dann können wir uns um den Rest kümmern. Oh oh. Vorsicht, Hund. Wo ist der? Oh, lauf, lauf, lauf. Lauf um dein Leben, Alter. Lauf, lauf, lauf. Kommt der jetzt zu mir? er kommt zu mir blau ja der heli der heli er ist da und die hole ich mir jetzt das ist vielleicht ein gewehr zu niederknien ja die mag ich echt nicht sehr unsympathische zeitgenossen wieso jetzt nicht das geht's patronen aufstocken sturmgewehre rk 74 aco g wie sehr jetzt habe ich eine gut ausgestattete aco g rc g rk 70 ach so ich will vorschlagen wir gehen mal wieder oben drauf ich habe jetzt ein grad freund nachzüge wir sie drunter optimal so nicht kollege ich sehe gleich mal ganz andere seiten auf ich trage noch was geregelt mit russischen waffen gegen russen kämpfen so macht es ist echt irgendwie so nicht anders das kann ich bedeutlicherweise nicht unterklatschen dann haben wir mal eine predator predator scheiße so ein predator aus aliens was ist predator das war echt miserabel gerade geschossen ich habe diese rabe getroffen nein ich sagst du ich bin fett nein schatz du bist nicht alter wo zur hölle sind überall scheint hier echt überall zu sein das ist ja das ist eine art der russen sind überall das war nicht das war den alle wollen rage nein nein hat der mauer sonst kommt batman rüber und verpasst den nippelzweckern batman was batman alter ich bin der joker ich bin der joker du bist robin in stromfhosen ja du ich bin batman hast du nicht gehört jogginghosen batman oder was ja das macht sich doch gut sie führen der brust ist immer nicht schlecht das harmoniert gut mit meinen granaten die idioten sprengen sich mal wieder alles gegenseitig in die luft heilige scheiße wo kann wer denn plötzlich her kann man sogar munition sparen hier man muss einfach mal ein von den ziviertöten abschließen und dann weiß man die anderen warum werden sofort sterben das wechsel wieder hallo mein süßer oh scheiße scheiße wollte das ganz persönlich mit dem regeln alter btf was ist jetzt los hier unten an der treppe da an der hier an der hinten und da draußen oh scheiße der liegt am boden haben wir noch mal messern der sack wollte hier gerade hoch so nicht kollege so ne 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 das geht ja mal gar nicht hier ne das kann man nicht tolerieren weißt du dass die agieren es fehlen hier katana also bei der verdämmte man ja schon schön katana das fehlt hier so ein bisschen was ich weiß dass ich jetzt sage was mangelhaft und so richtig mangelhaft nicht nur so ein bisschen sondern so richtig wo wir nur so fest in der einsamkeit ich bin supermann und batman zusammen ja ja supermann und batman sind nur die für die gleiche person weißt du warum er batman der maske trägt damit niemand weiß dass er das ja gleichsätzlich superman ist ich finde es ja immer noch ein bisschen paradox dass niemand supermann erkennt wenn er ihn sieht also von wegen klar kennt nur weil er eine brille auf hat ja so waren die leute früher ne batman war zu doof sich ne maske zu machen ey batman superman hallo früher in den 40ern da hier da herrsche warenknappheit ist klar mann wie soll ich spiliert meine granate denn nicht pass auf pass auf pass auf pass auf boom niedergestreckt vom langen arm des gesetzes mein freund boom 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 was kommt jetzt deine mama aber die packung deine mama packen wir wahrscheinlich nicht ne wahrscheinlich nicht die ist zu hart war richtig angeschissen sind wir jetzt in deine mama kommt ja dann ist in dem gelände ja also dann dann war es das endgültig dann können wir uns direkt verabschieden die jetzt jetzt eine spezialfähigkeit dass die löstern so ein mega leck aus und wenn der leck vorbei ist sind alle tot oh 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 nein oder juggernaut ja oh gott nein nein hunde lauf 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 der juggernaut kommt der juggernaut kommt aber gott sei dank hat der jan mit gedacht und hier und hier immer eine scheiße verbunden der juggernaut da kommt er schau man ah nein das konnte auch noch der heli von oben wir haben versagt ja ja das haben wir ja gut okay ihr seht wir haben versagt das ist sozusagen das ende unseres terminal überlebens trips und man ist ein helliges rauschen und ja ich hoffe es hat euch gefallen und wir werden uns jetzt daran machen ein neues red orchestra let's play together zu machen hurra hurra genau hurra hurra deswegen bis dann wir werden uns dann sozusagen dann im red orchestra ja sozusagen wiedersehen ich hoffe dass modern warfare special überlebens super mega geheimen arschloch training hat euch gefallen und ja genau kommentiert es abonniert ist also unseren kanal und leicht das video und ja dann bis zum nächsten mal so bis dann danke fürs zuschauen ciao ciao